jo leute hier ist der guzua wieder da steht es willkommen guzua es gibt eine neue version ja wir wollen sie natürlich downloaden das ist natürlich mal ganz klar download ausstehend mach es schnell mach es schnell denn wir wollen es sehen bämm Junge natürlich freue ich mich ein little bit special ganz klar Killshot Bravo wurde aktualisiert ja du mich auch Junge hier so muss das laufen ganz genau ich kann immer nur sagen eure schlechte Internetleitung kotzt mich an jeder der eine 6000er Leitung hat ist einfach nur am Arsch mittlerweile ich weiß das ja es war ja früher einfach mal so ich kenne das noch als man halt wirklich so gerade so DSL hatte da waren es dann 768 Kilobit und man dachte man wäre der König von überall und da war das richtig der epische Hammer ganz klar aber dem ist natürlich mittlerweile nicht mehr so und ich muss mal ganz ehrlich sagen jetzt kurz mal nicht zum Update ohne Witz Leute ich meine klar mit dem anderen Account bin ich weiter oben da bin ich irgendwo ein Meister ist klar dass man mehr angegriffen wird aber echt es ist nicht normal man wird hier einfach echt nicht angegriffen es ist halt total Cranker Shit man wird einfach nicht mehr angegriffen so jetzt gucken wir uns das mal ganz kurz an hier geben wir uns der Bowler ist echt gekommen ich dachte echt ist das wirklich gekommen ist das wirklich gekommen Inferno Turm Level 7 ja Balance und Gameplay Änderungen ich muss ja ganz ehrlich sagen muss ich einfach mal so sagen die Walküre glaubt mir ich gebe der trotzdem keine weitere was heißt keine weitere Chance aber ich denke nicht dass die wirklich sich durchsetzen wird so die Aura des Lebens und der ewige Wälzer des großen Wächters haben eine leicht reduzierte Reichweite ja ok Rathaus Level 11 wie gesagt für mich also total uninteresting so Rathaus Level 10 oder eben höher der Inferno Turm kann im Mehrspieler Modus neue Ziele schneller erfassen klar logisch also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Hexen angreift dann wird das halt eben schneller gemacht somit ist Gowa wie wie eher dann was heißt schlechter nein aber es wird halt einfach irgendwo so ein bisschen gegen gehalten dass man das halt eben nicht mehr so easy machen kann die Wahrscheinlichkeit der Spieler mit Rathaus 10 Level 10 und 11 im Mehrspieler Modus aufeinander treffen wurde reduziert aha ok cool Rathaus Level 11 alle Skletttreffer Punkte wurden reduziert ja ok von Hexen her beigerufene Sklette lösen keine Fallen mehr aus ganz ganz wichtig jetzt denkt man das ist scheißegal nein ist natürlich nicht scheißegal gleiches Thema beim Queenwalk mit den Heilern würden die Heiler die Luftbomben und so weiter auslösen wäre dieser Queenwalk dann definitiv vorbei ganz klare Geschichte also das ist so eine kleine Änderung die aber wirklich wieder richtig 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 extrem das Spiel verändern wird auf jeden Fall den Kobold Level 6 gibt es jetzt ab Rathaus Level 9 yes Leute das ist natürlich gar nicht so verkehrt männlich das ist gar nicht verkehrt mit dem Kobold Level 9 da habe ich definitiv wieder was zum Upgraden erhöhter Schaden für X-Bow Level 2 bis 4 auch eine nette Sache weil das stimmt schon früher war das so oh der hat einen X-Bogen den greife ich gar nicht erst an wenn man jetzt zum Beispiel mit Barge rangeht und dann irgendwann war das einfach so ja ist das scheißegal ob der einen X-Bogen hat oder nicht und jetzt wird es interessant Leute jetzt mal ohne Witz wie oft heißt es im Update ja ab Level 10 ab Level äh ab Level 9 nein es muss doch auch mal für die unteren was passieren weil viele sind halt eben sagen sich halt na ich möchte halt nicht einfach nur so ein Rathaus Rusher sein sondern ich halte durch und was haben wir jetzt Rathaus Level 8 die Walküre hat jetzt einen höheren Schaden und weniger Trefferpunkte okay das heißt also klar äh sie hat halt ja mehr Schaden aber dafür auch weniger Trefferpunkte also das heißt ist so eine äh ja Win-Lose-Situation sag ich jetzt mal sie haut zwar mehr zu aber hält halt weniger aus so äh sie greift deutlich schneller an wenn sie ihr Ziel erreicht hat probiere es aus ja wie gesagt ich nicht ganz ehrlich das hm also wenn ihr das möchtet schreibt sie in die Kommentare rein dann wird das gemacht brauchen wir gar nicht drüber reden dann gibt es auch ein Only-Valkyren Angriff wenn ihr das wollt kein Thema wie gesagt dafür gibt es uns YouTuber klar logisch ähm die Trefferpunkte des Magiaturms auf Level 5 bis 9 wurden erhöht sehr geil ja sehr geil deutliche Steigerung auch auf späteren Leveln sehr geil verteidigte Truppen fliegen vor fliegen vor Giftzauern genau das war das was wir angesprochen haben wenn sie untätig herumstehen genau gilt nicht für Helden ja gut okay aber ein Helden weggiften ist auch eine richtig schwere Nummer ähm die Braudauer die Braudauer für dunkle Zauber wurde auf 10 Minuten herabgesetzt und das gibt einfach mal den Win der Woche darf man das überhaupt sagen oder ist das von Mr.Trashpack lizenziert auf jeden Fall wisst ihr was ich meine Rathos Level 5 die Braudauer für alle Elixier Zauber wurde auf 20 Minuten herabgesetzt und das ist halt einfach mega geil das ist das was wir sehen wollen das Kampfzeit Limit jetzt kommt es wirklich was natürlich für alle Queen Walker echt schlecht ist ganz klar wurde wieder auf drei Minuten zurückgesetzt aber man muss natürlich auch die Kirche im Dorf lassen ganz klar sie war früher auch nur bei drei Minuten sind wir mal ehrlich wer es halt in drei Minuten nicht auf der Reihe kriegt der hat halt verloren ganz ehrlich es ist halt einfach so ähm beim Queen Walk geht es meistens auch nicht so wirklich darum oh gewinne ich sondern oh kriege ich das dunkle Elixier und da muss ich ganz ehrlich sagen das habe ich meistens nicht in den letzten 30 Sekunden gezogen sondern davor von daher nicht weiter wild für Vergeltungsangriffe gibt es als Belohnung einen Sternebonus und einen Ligabonus das war neu das heißt früher habt ihr eine Vergeltung gemacht und ich schmeiß ich komme halt einfach mal gegen mein Nutella Glas ja hier kommt noch mal ein bisschen Product Placement hier ist eine Billig Nutella Choco Nussa mit 13% Haselnüssen na läuft bei uns so ähm war natürlich jetzt ein Witz ja wisst ihr glaube ich selber aber zum Product Placement kommen wir später noch also wie gesagt jetzt gibt es einen Ligabonus dabei ist natürlich eine mega geile Sache wenn ich halt eine Vergeltung mache gucke ich mir halt den Gegner vorher an kann halt meine Truppen so legen wie ich sie haben möchte ist natürlich geil die Errichtung neuer Gebäude lässt sich nicht mehr abbrechen Veränderungen können weiterhin abgebrochen werden aha was aber jetzt auch nicht wirklich entscheidend ist weil wenn ich ein neues Gebäude wie jetzt zum Beispiel gerade bei mir mit den Expos halt angefangen habe dann will ich die auch bauen von daher vollkommen in Ordnung weitere Aktualisierungen Bauarbeiterübersicht Tippe auf den Bauarbeiter um alle aktiven Baustellen zu sehen und dies ist ziemlich nice und dies wurde öfter schon bei Facebook und so weiter und so fort in Gruppen diskutiert und gezeigt ich habe das selber eben auch schon gepostet gehabt und das ist gar nicht so verkehrt klar dann kam natürlich die Aussage von jemandem ja ein richtiger COC Spieler weiß genau was er im Upgrade hat muss ich sagen hat er gar nicht so Unrecht weil jeder weiß ach ja stimmt ich baue die Expos ich baue gerade die Queen aus ach ich mache gerade den Sammler noch und so weiter das stimmt schon aber für die die gerade so ein bisschen No Brain AFK sind ist das vollkommen geil Tippe auf einen Eintrag in der Bauarbeiterübersicht um ihn im Dorf aufzuholen ja das ist geil das ist einfach so das sind so zusätzliche Sachen wo du halt sagst die sind jetzt kein Game Changer aber die machen das Arbeiten einfach einfacher so die Clan Kriegsspielersuche wurde überarbeitet okay die Kriegsgrößen 35, 35, 45, 45 wurden entfernt um andere Konstellationen zu stärken ja was ich mir aber ganz ganz ehrlich was ich mir einfach wünschen würde wäre what the fuck warum denn 10, 10 15, 15 20, 20 bla 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 scheißt doch die Wand sorry tut mir leid ähm stuhlt doch bitte gegen die Wand um mich jetzt ein bisschen besser auszudrücken ist doch total Rille meiner Meinung nach weil wenn ihr alleine ein CW starten möchtet weil ihr halt nur 5 Leute im Clan seid und halt keiner davon wirklich aktiv ist und einer aber richtig Bock auf CW hat ja was spricht dagegen in meinen Augen also wo ist denn das Problem ich meine dann kann halt doch einer ein CW machen oder nicht oder halt 5 das finde ich Quatsch dass das ab ab 10 ist und dann immer dieses oh jetzt müssen wir gucken der und der möchte sehr 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 gerne aber wir können ihn nicht mitmachen lassen weil wir kriegen den Rest nicht voll was ist denn das für ein Scheiß das ist doch also finde ich Mist ist meine Meinung fürs nächste Update bitte egal wie viele Spieler alle dürfen mit und jetzt erzählt mir bitte nicht naja dann würde die Clansuche ja Ewigkeiten länger dauern ihr wisst ganz genau wie viele mögliche Clans wirklich in COC drin sind das würden die auf der Reihe kriegen also da habe ich absolut gar keine Hemmungen oder wie auch immer da habe ich gar keine Schmerzen mit das würden die auf jeden Fall auf der Reihe kriegen viele weitere bla 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 sehr geil sehr sehr geil nee das ist cool das läuft auf jeden Fall jetzt gucken wir mal ganz kurz was wir anklicken könnten nur mal so weil ich ja jetzt hier auch Town Hall 9 bin mittlerweile gar nichts und hier auch gar nichts das heißt also für mich ist das effektiv erstmal egal aber ich muss mal gerade gucken dann kann es ja nur so sein der Bowler ab Rathos 10 okay der ist also für mich auch außen vor das heißt effektiv hat sich für mich nicht wirklich was geändert klar so am Game Matchmaking hat sich ein bisschen was getan aber ansonsten war es das holy moly wie sieht denn das aus die sieht ja geil aus das wurde gar nicht erwähnt dass die Luftabwehr anders ausschaut ja das ist natürlich das ist garantiert ein richtig richtig geiler kranker Scheiß weil man die dann nämlich besser auseinander halten kann weil nämlich zwischen 5 und 6 stand ich immer total hinterm Ofen und dachte mir halt ich bleib lieber dahinter weil dann sieht mich keiner und siehst du mich sehe ich dich nicht und wie auch immer ihr wisst was ich meine das war es dazu ich hoffe dieses Video hat euch richtig mega mäßig gefallen und wenn das so ist dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da würde mich freuen aber das zeigt mich richtig geil an dass die Luftabwehr geändert wurde vom Aussehen her richtig cool das war es von mir schreibt alles rein was euch noch aufgefallen ist ihr habt jetzt was weiß ich irgendwie durchs Update auf jeden Fall einfach mal 1000 Gems mehr warum auch immer who the fuck is Gemboy wie auch immer egal haut rein ich wünsche euch was ich hoffe ihr hattet Spaß bis dann ciao